Im Machfeldkanal wurde ein Körperteil entdeckt. Was können Sie aktuell zu den Ermittlungen sagen? Samstag Nachmittag hat ein Angler einen menschlichen Körperteil aus dem Machfeldkanal gezogen. Er hat umgehend die Polizei verständigt. Beamten haben den Leichenteil kommissioniert, haben ihn in die Gerichtsmedizin gebracht. Dort ist er obduziert worden. Mittlerweile hat man feststellen können, dass es sich um einen Mann gehandelt haben dürfte. Im Zuge intensiver weiterer Suchaktionen sind bereits weitere Körperteile gefunden worden. Diese sind ebenfalls gesichert worden, in die Gerichtsmedizin gebracht worden. Sie werden obduziert. Aktuell fokussieren sich die Ermittlungen auf abgängige Personen. Und die Ermittler des Landeskriminalamts Wien ermitteln aktuell nach wie vor in alle Richtungen. Weiß man schon den Alter des Mannes? Ein Alter des Mannes ist bislang noch nicht bekannt. Und welche Körperteile wurden da gefunden? Auf die genaue Anzahl bzw. auf die genaue Beschreibung der Körperteile kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht eingehen. Und wie sehen da die Ermittlungen in Zukunft aus? Das Landeskriminalamt Wien ermittelt auf Hochtouren. Ein Gewaltverbrechen wird nicht ausgeschlossen. Eine letzte Frage. Kann man sagen, wie alt diese Leichenteile da drinnen sind? Wie lange diese Leichenteile bereits im Wasser waren, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Es geht jedoch der Ermittlergehen davon aus, dass es sich doch um einige Zeit gehandelt haben dürfte. Vielen Dank. Vielen Dank.